Der Destrier war das bekannteste Schlachtroß des Mittelalters. Der Destrier beförderte Ritter zu Schlachten, Turnieren und Theiosten. Aufgrund seiner Bedeutung wurde es von zeitgenössischen Quellen als das große Pferd beschrieben. Das Wort Destrier leitet sich von dem vulgär lateinischen Dexterius ab und deutet sich wahrscheinlich darauf hin, dass der Destrier von dem Knappen auf der rechten Seite des Ritters bzw. Punkt mit der rechten Hand geführt wurde oder von der Gangart des Pferdes. Während er von Rittern und Gleven hochgeschätzt wurde, war der Destrier kein gängiges Pferd. Die meisten Ritter und Berittenen Gleven ritten andere Schlachtrösser, wie den Corsa und den Rundzid. Charakteristika Das Wort Destrier bezeichnet keine Rasse, sondern einen Typus Pferd, das beste und stärkste Schlachtross. Diese Pferde waren gewöhnlich Hengste, die für den Krieg gezüchtet und aufgezogen wurden. Der Destrier wurde als das beste Pferd für den Tejost betrachtet, Corsas wurden für andere Formen der Kriegsgunst genutzt. Der Destrier hatte kraftvolle Hinterbacken, einen kurzen Rücken, muskulöse Lenden, starke Knochen und einen wohlgeformten Nacken. In der mittelalterlichen Kunst wird der Destrier mit einem geraden oder leichten Profil, einem breiten Unterkiefer und einer guten Weite zwischen den Augen dargestellt. Der Destrier wurde speziell in der Schlacht oder zum Turnier genutzt. Für den täglichen Ritt benutzte der Ritter einen Zelter. Sein Gepäck wurde von einem Parkpferd oder in einem Wagen befördert. Zucht und Größe des Destriers Es existieren viele Theorien, was Destriere für eine Größe erreichten, aber sie erreichten definitiv keine enormen Kaltblütergrößen. Jüngste vom Museum of London durchgeführte Studien, die sich literarischer, bildlicher und archäologischer Quellen bedienten, belegen. Das Schlachtösser zwischen 14 und 15 Handbreit groß waren und sich mehr durch ihre Stärke, Muskulatur und Dressur und weniger durch ihre Größe auszeichneten. Diese Einschätzung wird von einer Analyse eines mittelalterlichen Rossanisch im Royal Ormais unterstützt. Demnach wurde diese Rüstung ursprünglich von einem Pferd von 15 bis 16 Handbreit getragen. Es ist wahrscheinlich, dass der moderne Percherung in Teilen ein Nachfahre des Destriers ist. Obwohl er wahrscheinlich größer und schwerer als das mittelalterliche Pferd ist. Andere Kaltblüter, wie das Shire Horse, sind möglicherweise auch Nachfahren des Destriers, obwohl nur wenige Beweise vorliegen. Reiterstandbilder in Italien lassen einen spanischen Stil des Pferdes erkennen und werden heute dem Barockpferd, wie beispielsweise dem Andalusier, dem Friesen oder auch einem schweren, agilen Warmblut, wie dem Irish Drauthors zugeordnet. Moderne Schätzungen ordnen die Größe des Destriers bei nicht mehr als 16 Handbreit ein, trotz einer starken und schweren Physis. Ob schon die Bezeichnung Great Horse gebraucht wurde, um den Destrier zu bezeichnen und einige Historiker spekulieren, dass er der Vorläufer des heutigen Zugpferdes ist, unterstützten historische Aufzeichnungen nicht diese These. Moderne Versuche, den Destrier zu reproduzieren, basieren meistens auf einer Kreuzung aus einem athletischen Pferd mit einem leichten Kaltblut. Diese schließen Kreuzungen wie das spanisch-normannische Pferd, eine Kreuzung zwischen dem Percheron und dem Andalusier und dem Valander. Einer Kreuzung zwischen dem Andalusier und dem Friesen mit ein, der Wert von guten Schlachtrössern. Ein guter Destrier war teuer. Das aus dem 7. Jahrhundert stammende Lex Salica nennt einen Preis von 12 Solidi als Wergeld oder Reparationszahlung für ein Kriegspferd. In Gegenüberstellung zu 3 Solidi für einen gesunden Esel oder einem Solidus für ein Rind. In späteren Jahrhunderten stieg der Preis von Destriern weiter an. Der Durchschnittswert aller Pferde betrug in einer Kompanie von 22 Rittern und knappen auf normalen Corsas zwischen 5 und 12 Livres Parisi in der Grafschaft Flandern 1297 im Gegensatz zu 7 Corsas im variierenden Wert zwischen 20 und 300 Livres Parisi. Fußnoten Christopher Gravett English Medieval Night 1300-1400 Oxford Osprey Publishing 2002 S59 Michael Priestwich Armies and Waffer in the Middle Ages The English Experience New Haven Yale University Press 1996 S30 Okeshot Ewart A Night and His Horse REV 2ND USA Dufour Editions 1998 FF 11-12 Ewa Dukeshot A Night and His Horse REV 2ND USA Dufour Editions 1998 S11 CE G Clark John The Medieval Horse and Its Equipment CC 1450 REV 2ND UK The Beudel Press 2004 P23 Priestwich Michael Armies and Waffer in the Middle Ages The English Experience New Haven Yale University Press 1996 S30 Clark John The Medieval Horse and Its Equipment CC 1450 REV 2ND At UK The Beudel Press 2004 S25 Studie von Unheiland Quoted in Clark John The Medieval Horse and Its Equipment CC 1450 REV 2ND At UK The Beudel Press 2004 S23 AB Priestwich Michael Armies and Waffer in the Middle Ages The English Experience New Haven Yale University Press P 30 ISBN 0-300-07663-0 Gies Francis Gies Joseph Daily Life In Medieval Times UK Grangebrook ISBN 1840138114-S88 Clark John The Medieval Horse and Its Equipment CC 1450 REV 2ND At UK The Beudel Press ISBN 1843830973-PP 25 29 Read Profile Spanish Norman Horse Registry Abgerufen am 12. August 2008 JD Sankt 13 21 21 22 22 23 24 23 Vielen Dank.